Wie sieht das mit Schutz aus? 178 Das ist ein bisschen mehr, ja. Das Game belohnt dich dafür, wenn du... Also bisher war es so, dass du das Spiel dafür belohnt hast, dass du... I'm actually out of money. How did it happen? Was ist das für? Welcher? Willst du diesen? Willst du den? Willst du den? Vielen Dank. Wer ist das für? Den Kichi können wir das Ding von Ryuji geben. Es ist halt einfach... Ich weiß nicht, ob es ein Difficulty Spike ist oder ob es einfach... Wie viele Punkte soll ich da rein eiern? Genug anscheinend. Ich sollte etwas schreiben. So, mal gucken, wie das jetzt hier drin... Oh, warte. Ich brauche eine Wind-Persona. Mal gucken, ob ich irgendwo eine mir aus dem Arsch zaubern kann. Willkommen in der Velvet-Rim. Wacke in deinem neuen Selbst. Lass mich raten. Ja, Zweihorn ist Level 4. Ich fuse bestimmt eine Level 44 und eine 36er zusammen, um eine Level 4 Persona zu kriegen. Wo war Einhorn? Da ist Einhorn. Einhorn ist... Nicht mal Wind. Einhorn ist Nuke. Okay. Sind die Kappas Wind? Die Kappas sind Wind. Die Kappas sind Wind. Dafür fehlt mir ein 30er Kaiwan. Und ein 30er Kaiwan habe ich nicht, weil ich dafür Kaiwan leveln müsste. Weil Kaiwan ist... 30. Neh, wo meinst. Ist das okay? Well, I guess. Bye bye Mothman. Moment. Löschen. Löschen. Oh Gott, ich realisiere das Gras, was da hier passiert. Was für ein dummes System. Basically, wie du Persona Levels. Step 1. Farm shit ton of money. Literally millions. Dann kauf dir Personas. Dann lass die frei. Weil, wie man sieht, das gibt Persona Points. Und mit den Points kannst du dann eine andere Persona leveln. Ja. Interessantes System. Sagen wir mal so viel dazu. Kann ich die jetzt nicht füsen, weil ich Platz habe? Tengo. Yes. Yes. Lass mich raten. Kein Fusion Exzident? Ich wage zu bezweifeln, dass es Fusion Exzidents überhaupt gibt in diesem Spiel. Okay. Die Beweglichkeitsbonus. Cool. May luck be on your side. Okay. Damit. Können wir jetzt in der Theorie wieder herein. Makoto ist die Schwächste mit 53. Das heißt Makoto ist was? Zwei Level unter dem? Ja. Zwei Level unter dem. Let's try this again. Ich bin like what? Shit ist so weird. Wir laufen von vorne. Wir laufen von vorne. Einfach weil wir es können. Weil ich einfach wissen will. Wie viel sich jetzt geändert hat. Wie viel sich jetzt geändert hat. Wir können ihn von hier abbekommen. Ich werde dich bemerken. Wuhu. Let's go. Komm her? Komm her? Komm her. No, Satanta. No, Naga. waard Fit industry. Moment. ешlan. Das heißt, dass mein gesamter Damage Output an meine Waffen gebunden ist. Das heißt, dass der gesamte Schaden, den ich mache, ist an den DPS von meiner Waffe gebunden. Interessant. Das heißt, maybe, nachdem ich das jetzt gelevelt habe, bin ich vielleicht in der Lage... Also, was heißt gelevelt? Nachdem ich mir jetzt eine neue Waffe geöffnet habe, kann ich jetzt vielleicht diesen Dungeon spielen? Eine sehr merkwürdige Art und Weise, das Ganze zu balancen. Nehmen wir einfach ein Laminar. Laminar ist um welten schwächer als das, was ich gerade eben gefused habe. Macht das einen Unterschied? Anscheinend. Aber nicht viel. Der Unterschied ist absolut marginal. Crazy. Einfach nur crazy. Ich hätte halt nicht gedacht, dass das gekoppelt ist an Waffen. Weirder shit. Okay, das killt ihr nicht, aber das bringt die so weit runter, dass... ... selbst meine dämlichen, äh, Kollegen das enttägen. Den habe ich nicht mal gesehen. Das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. No Joke. Das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. No Joke. Good thing we won. Okay. Let's keep going. Shadows sighted. What should we do? Okay. Let's hit him. Show me a true sound. Wie bin ich, oder? You have the upper hand. Aim for purple. Now. Persona. Persona. Kick this. Oh nice Joker. Who hit him. Crazy Unterschied. Let's go. That victory was handed to us. Alright. No time to waste. We can strike any time. I'll reveal your true form. Your cause. This is our chance. Don't waste it. Let's go. I can't. We'll go go. See how many out of season. Cut down any strikes. Yeah. Das ist... Ich hab halt nichts gelevelt. Ich bin so verblüfft davon, weil es einfach... eine richtig dämliche Mechanik ist. Äh, welche waren das? Ja, die Feinds sind halt um wilden Smover. Um absolute Welt. Let's move on. It looks like this area is clear. Hey, what do you think that is? Let's see if... wenn Opfer progressen können irgendwie. Let's see if... wenn Opfer progressen können irgendwie. Close enough. Close enough. Ich reihe zwar nicht, warum das so ist, aber... Das ist definitiv so. Weird. Desires are dangerous. Viel Spaß. Okay, mach dir mal. Ich geh mal weiter, ne? Ding. So. So. Ehh. Totals problem. Oh, wait. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Noch mehr. Doppelgänger sind alle tot. Das ist der nächste Palast. Ähh. Let's go. Wo ich bis gerade eben relativ gut auf den Sack erkriechte. Ja. Also ich krieg immer noch relativ gut auf den Sack. Ähh. Aber plötzlich mache ich Schaden gegen das zu vorher. Vorher habe ich halt vier Schaden gemacht mit einer Autohit. Jetzt mache ich 16. Wie viel machst du jetzt? Du hast ja vorher schon gut gehittet. Du hast ja vorher schon gut gehittet. 40. Und warum hat vor Talwar mich gerade Smoke genannt? cejigen 5 acceptable. Äh. Welth hittet halt wie im Truck, ne? Wulf hittet halt wie im Truck. Ne? Da brauchen wir nicht drüber umreden, du. Der ist halt... Der tut weh. Woran liegt das? Woran liegt was genau? Wenn ich plötzlich so viel Schaden mache, weil ich einfach nur meine Waffen ausgewechselt. Macht überhaupt keinen Sinn, im Grunde genommen. Basically, äh... Ist mein Persona-Schaden davon abhängig, was für eine Waffe ich trage. Und nicht irgendwie von Persona-Steps. Was super merkwürdig ist. Weil so soll es halt definitiv nicht sein. Oh, fette Elefanten auch noch? Ja, das ist ja cool. Und eine Wache runter. Ist ja dämlich. Das ist definitiv dämlich. Das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen dämlich. Ich mache halt doppelt so viel Schaden an denen. Ähm... Das Hauptproblem, was ich damit habe, ist, äh... Lass mich raten, ich muss das Ding besiegen, ja? Klar, das hat mich gesehen. Ja, ich glaube nicht, dass was so ein Problem wird. Das müsste... eine Anfrage sein. Oder auch nicht. Warum genau ist das keiner? Okay. Falsch rum, so rum. Kein Mana. Ich habe 8 und ich brauche 14. Wie viel bekomme ich eigentlich nach mit dem Fight? Ich habe da nie drauf geachtet. 12, okay. That's not bad. Okay, wir gewinnen. Keep chugging along. Let's go. I have to say, the city seems almost devoid of life. Hmm. Da, 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 da. Die Antwort ist immer 42. Are you sure? There. It's really, the society can always hoping to create? It's unsettling. Okay, mein einziger Weg geht nach da. Oder auch nicht. Ich kann einfach hier rumschleichen. Überfallen wir mal das hier. Oh Gott. Oh Gott. So, durchwerbung. Wir haben gelernt, nicht mit den fetten Elefanten spielen, die sind blöd. Der Rest ist okay, aber fette Elefanten sind doof. Ach, das kann ich aufmachen, aber die... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich kann die aufmachen, aber die verschlossenen Kisten... Im Jail davor konnte ich nicht aufmachen? Oh Gott, ein Heckfight. Okay. Ich habe nicht die aktuellste Ausrüstung für Sie. Okay. Okay. 100%, wauw. Und wir enthorden den Zug. Es ist weg zu gewinnen. Weg weg! Grab dich, er. Los geht's! 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 Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Wir müssen vorsichtig sein! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Wir machen es! Los geht's! Ihr geht's! Los geht's! Persona! Wie auch immer das nicht funktioniert hat. Die eigentliche Idee sind die, die ich jetzt... Oh shit! Egghorn! Jetzt kommen wir raus! Hör auf! Hör auf! Showtime! Kopa Tengu! Hier! Woho! Du denkst du so ein bisschen? Hey! Du bist nicht so schnell! Sobald kraftig Futter war? Okay. Let's go! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Nukleib就是... wenn das mara kukatja wäre aber nicht kukatja wegen verstärkung stark wegen anträge berechnet effekt hat wird sich mit siegen los die beiden steckt also aufeinander den effekt von hals geht weiter bereich ach so ja wir haben ja gelernt dass mittel größer massiv ist also hat sich das gerade erledigt aber dass der chor oder was dass wir ja auch gott hier schon wieder Ja. Ey, wo muss ich da? Da, da. Und wo ist das? Moment. Hier muss ich bleiben. Alles ist sehr steril. Was ist das, was wir hier haben? Kann man mängelnd sein? Was ist das? Oh, oh. Mach du mal. Ey, trifft einfach nichts. Man, der trifft schon, aber eher selten. Was ist das? Was ist denn noch eins? Nope. Okay. Leave it to me to miss my complete spell. Oh, er hat Showtime. Ach so, ich kenne seine Showtime schon. Egal. Let's just do this. Das ist quasi Table Slam into Explosions. Nicht zu verkehrt. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ähm, was? Das sah lustig aus. Warum sah das lustig aus? Oh, ist das ein Bossfight? Das ist ja lustig aus. Was ist ja lustig aus? Sollen wir Skully einfach kaputt schlagen lassen? Mit 3 das. The straight path isn't always the quickest, right? Let's see if there are any other ways in it.